Ja, herzlich willkommen Leute heute zu meinem Value Guide. Heute werde ich euch hier zeigen, welche Argumente welche Value haben für jeden, der sich verbessern will im Argumentieren und seinem Gegner seine Fehler aufzeigen will. Das Video ist hier auch eigentlich das Allerwichtigste überhaupt für Nicht-Veganer. Das ist für Nicht-Veganer noch wichtiger als für Veganer, damit sie lernen, wie man argumentiert. Falls man gegen Veganer argumentieren will, was natürlich jeder weiß nicht die beste Idee ist, weil du nur verlieren kannst, weil Veganer das Richtige ist. Deswegen ist jede Argumentation natürlich hinfällig, aber hier wollte ich einfach mal die Value aufzeigen. Also Argumente haben ja einen Wert. Es gibt sehr, sehr schlechte Argumente und es gibt sehr, sehr gute Argumente in jedem Bereich. Und wenn du jetzt über Tiere redest, gegen Veganismus irgendwelche Sprüche bringen willst, sowas wie, aber wir haben ja schon immer Fleisch gegessen und solche Sprüche, dann haben die ja einen Wert, diese Aussagen. Wenn eine Aussage einen Wert von Null hat, dann ist sie wertlos. Sie hat keinen Wert. Also das, wenn dir das jemand sagt, dann ist das, seine Aussage ist nicht dich. Die ist komplett wertlos. Das ist so, als würdest du halt jemanden fragen, warum isst du Fleisch? Und die Person sagt dir, ich esse Fleisch, weil mir Fleisch gut riecht. Also er rechtfertigt. Also ist das eine Rechtfertigung? Dann sagt er, ja, deswegen esse ich Fleisch. Das ist eine Rechtfertigung, um Tiere töten zu lassen. Einfach nur der Geruch. Und was für einen Wert hat das? Was für ein Value hat seine Aussage? Ist seine Aussage gut, sodass man damit tatsächlich die Ermordung von Tieren rechtfertigen kann? Und sagen kann, ah ja, stimmt. Ja, du hast recht. Das kann man machen. Nein, ist es nicht. Dass ihm das gut riecht, hat einen Wert von Null. Das ist ja einfach nur ein subjektives Empfinden. Deswegen ist das wertlos. Deswegen kann ein Mensch sowas nicht bringen. Es geht da rein und da wieder raus, weil es eine wertlose Aussage ist. Und deswegen wollte ich euch hier mal einfach Value von Argumenten zeigen. Ich habe den Argumenten halt das, was einem so in den Kopf kommt, sortiert man die ein nach Value und dann weiß jeder hoffentlich, wenn er die Value von den Argumenten sieht, wo sie einzuordnen sind und was man vielleicht bringen kann und was man vielleicht nicht bringen sollte. Also ich habe dir hier die Sachen aufgeschrieben, die mir so in den Kopf gekommen sind von den Argumenten, die ich höre. Und ja, gucken wir uns das einfach mal an. Wir lassen mal das erste Value 100 Argument weg. Das brauchen wir später. Und das Argument Lebensrechte für Tiere. Ein Tier möchte leben, deswegen darfst du es nicht töten. Das hat ein Value, ein Wert von 99, weil das ein Lebensrecht ist. Das ist ein sehr, sehr gutes Argument. Wenn jemand sagt, das Tier möchte leben, deswegen darfst du ihm das Leben nicht nehmen. Das ist ein extrem starkes Argument, wo mir nur ein einziges Argument einfällt, das noch stärker ist als dieses Argument. Und das ist zum Beispiel, wenn du eine Schrotflinte hast und ein Bär kommt auf dich zugelaufen und du weißt, du stirbst, wenn du das Tier jetzt nicht erschießt. Darfst du das Tier jetzt erschießen? Ja, darfst du. Du darfst in dem Moment Gott spielen und dich über das Tier stellen und sein Leben nehmen. Deswegen ist das das höchste Argument, was mir nur einfällt und das einzige Argument, was mir einfällt, über Lebensrecht von Lebewesen. Ich hatte das hier ganz am Anfang auf 100 und dann dachte ich, was ist noch ein stärkeres Argument? Ja, das Überlebensargument natürlich. Das hier. Und deswegen habe ich das auf 99 gesetzt. Und das sind die zwei Argumente, die am allerstärksten sind. Die haben halt eine extreme Value. Versteht man auch, wenn du dein Leben retten musst, dann ist das ein extrem starkes Argument. Da, wo jeder dir zustimmen würde und sagen würde, ja stimmt, das darfst du dann machen, weil es extrem stark ist. So, und dann gehen wir schon weiter zu den anderen Argumenten mit Value 10. Sind so Sprüche wie zum Beispiel, wir haben uns durch das Essen von Tieren entwickelt. Warum habe ich dem nicht Value 0 gegeben zum Beispiel? Weil das natürlich das Argument nicht stimmt. Aber das Problem ist einfach da, dass du dieses Argument prüfen musst. Du musst dieses Argument prüfen, da du es schon prüfen musst auf Richtigkeit, hat es einen Wert. Deswegen, du kannst nicht intuitiv logisch sagen, das stimmt nicht. Kannst du nicht sagen, deswegen hat es einen Wert. Sobald man überlegen muss, ob das stimmt oder nicht und nachforschen muss, hat es einen Wert und man kann dieses Argument bringen. Also für alle Nicht-Veganer, das ist ein Argument, das ihr bringen könnt gegen Veganismus. Wenn ihr gegen Veganer argumentiert, dann ist das ein Argument, das Value hat. Es hat einen inneren Wert. Ich hoffe, das ist klar. Das ist so eine intuitiv logische Sache. Der nächste Punkt, ich glaube, wenn wir die Liste durch sind, dann werde ich dir das immer besser verstehen. Dann das nächste Argument. Für eine ausgewogene Ernährung müssen wir tierische Produkte essen. Das ist auch ein Argument, das du auch hervorbringen kannst gegen den Veganismus, weil es wieder geprüft werden muss. Es ist nicht intuitiv logisch, dass das nicht stimmt. Für uns als Veganer, jemand, der sich mit Wissenschaft auskennt, logisch nachgedacht hat, sich vor eine weiße Wand gesetzt hat, nachgedacht hat. Für den ist das ein Value-Null-Argument, aber in Wirklichkeit ist das kein Value-Null-Argument, weil du nicht von dir auf alle Menschen projizieren kannst. Deswegen hier, falls sowas ähnlich ist wie Benefit of the Doubt, du kannst nicht davon ausgehen, dass dein Gegenüber das Argument kennt. So, deswegen hat das einen Wert. Das hat einen Wert, dem rechne ich absolut einen Wert zu und das kann man absolut bringen, weil das überprüft werden muss, das Argument. Um das zu überprüfen, muss es halt in die Wissenschaft gehen. Zum Beispiel jemand, der sich mit Wissenschaft nicht auskennt, der wird dem so und so ein Value zurechnen. Und deswegen ist das, merkt euch das, Anti-Veganer und Nicht-Veganer und alle Menschen, die gegen Veganer argumentieren, ihr könnt sowas hier hervorbringen. Das ist tatsächlich ein plausibles Argument, das man vorbringen kann, das natürlich falsch ist, aber das kannst du wenigstens sagen. Das ergibt wenigstens einen Sinn und lässt einen wenigstens ein bisschen klug aussehen, wenn man gegen Veganismus argumentiert. Da sagt man dann, okay, wir müssen überlegen. Okay, so, ich habe hier jetzt noch einen Punkt eingetragen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ganz, ganz wichtig. Das B12-Argument, das ist doch das bekannteste Argument überhaupt. Das ist ganz genau das gleiche Thema. Wir müssen Tierprodukte essen für das Vitamin B12, sagt dir einer. Okay, hat das einen Wert? Hörst du dir das an und solltest dagegen argumentieren? Ja, auf jeden Fall. Das hat auf jeden Fall einen Wert, weil das wieder nicht offensichtlich ist, ob das stimmt oder nicht und überprüft werden muss. Okay, deswegen hier das auch ganz wichtig. Okay, das sind die drei Argumente, wo ich wirklich noch ein Value gebe. Dann Value 1, also wirklich schon sehr, sehr grenzwertig ist das Argument, Tierprodukte zu essen. ist meine persönliche Entscheidung. Habe ich auch schon gehört. Wenn dir das jemand sagt, ist das auch, ist das grenzwertig, aber ich würde ihm tatsächlich noch ein kleines bisschen Value geben, dem Argument. Also auch eine Sache, die man hervorbringen kann, weil der Person wahrscheinlich nicht klar ist, was eine persönliche Entscheidung ist und wann es persönlich ist und wann nicht. Es ist nicht deine persönliche Entscheidung, wenn eine zweite Partei mit dazu kommt. Weil ganz logisch, eine zweite Partei, also hat die mit zu entscheiden, ob die das will oder nicht. Sobald eine zweite Partei, immer wie ich das Beispiel bringe, ob du jetzt in der Ecke sitzt und versuchst eine Schere zu essen, ist deine persönliche Entscheidung. Ja, dann kannst du machen, was du willst. Ob du in der Ecke sitzt und dich voll kackst und dich damit beschmierst und dann anfängst zu lachen wie ein Idiot, ist deine persönliche Entscheidung. Kannst du machen. Sobald eine zweite Partei dabei ist, zum Beispiel ein Tier, du sitzt mit deiner Katze in der Ecke und willst die, keine Ahnung, in zwei Teile schneiden, gucken, wie die von innen aussieht. Kannst du das nicht mehr machen. Warum? Weil die Katze mit zu entscheiden hat, ob sie das will, aufgeschnitten werden. Und dann, da endet die persönliche Entscheidung, sobald eine zweite Partei, deswegen ist natürlich Tierprodukte essen, keine persönliche Entscheidung, weil wir da eine zweite Partei haben. Aber es kann sein, dass einem Mensch das nicht klar ist, deswegen gebe ich ihm tatsächlich noch eine Value, aber auch gut zu wissen für alle, dass du das tatsächlich bringen kannst als Argument. So, und ja, da endet es eigentlich schon, ne, da sind wir eigentlich, was Value-Argumente angeht, schon am Ende. Und jetzt kommen halt die Argumente, die normalerweise immer kommen, die schlimmsten Argumente und, ja, hier sollte man lernen. Na, hier sollten alle Nicht-Veganer die Ohren spitzen und lernen, warum man keine Argumente bringen kann mit Value Null. Na, so, äh, Argumente, die komplett wertlos sind, die keinen Sinn ergeben. Äh, Argumente mit Value Null sind logische Fehlschlüsse. Na, das sind Logikfehler. Das ist, ähm, man sagt etwas, was keinen Sinn ergibt, was unlogisch ist, was sich widerspricht, was auch immer. Also, es ist völlig sinnbefreit, es ergibt überhaupt gar keinen Sinn. Deswegen gehen wir diese Argumente mal durch und ich erkläre mal, warum sie einen Wert von Null haben. Und, äh, ja, wenn jemand dir sowas hervorbringt, musst du mit dieser Person nicht weiterreden. Ne, du kannst ihr sagen, du bringst Value Null Argumente und damit ist das Thema, äh, abgeschlossen, weil hier geht es dann nur noch darum, dir dein schlechtes Gewissen irgendwie gut zu reden. Äh, deswegen hier eine kurze Erklärung. Oder einfach am besten dieses Video schicken. Äh, wir haben schon immer, wir haben schon immer Fleisch gegessen. Das hat einen Wert von Null. Ne, das hat deswegen einen Wert von Null, weil der, der Satz, wir haben schon immer nichts aussagt über die Richtigkeit einer Handlung. Okay, wir haben schon immer, damals gab es keine Gesetze, Frauen vergewaltigt. Wir haben schon immer Sklaven gehalten, ne, und auch Tiere als Sklaven gehalten, schon immer. Und deswegen ist das hier jetzt auch richtig. Stimmt's? Ne, ist es nicht. Es wurden Gesetze eingeführt, die zum Beispiel das Vergewaltigen verbieten. Die Sklaverei verbieten. Ne, das liegt da einfach daran, weil das, äh, schlecht ist, ne, und deswegen ist dieses Argument einfach sinnbefreit. Ne, es sagt nichts über die, darüber aus, ob etwas richtig ist, ne, also du kannst nicht sagen, weil es schon immer gemacht wurde, das ist ja der Spruch, den wirklich Menschen wirklich bringen, das kann man in seinem Kopf nicht aushalten, die wirklich sagen, weil wir das früher gemacht haben, Fleisch essen zum Beispiel, ist es auch jetzt richtig. Ne, das ist ein logischer Fehlschluss, der keinen Sinn ergibt. Ne, die einfach, wie kann etwas, was wir schon immer gemacht haben, äh, eine Aussage darüber treffen, ob es moralisch korrekt ist. Ne, also über die Richtigkeit, das ergibt keinen Sinn. Du wandelst einfach, du wandelst einfach in der Zeit zurück, und was man damals gemacht hat, ist heute richtig. Es ist ganz genau das Gegenteil, in den allermeisten Fällen. Das, was man früher gemacht hat, ist falsch. Deswegen gab es mal ein Gesetz, dann gab es zwei, dann gab es drei, und heute gibt es 100.000 Gesetze. Ne, weil man, das, was früher gemacht wurde, war falsch. Deswegen ist es jetzt verboten. Also, das ist, wir haben schon immer, hat ein Wert von Null. Ja, ganz, ganz wichtig. Das Religionsargument ist natürlich ein Argument mit Value Null. Es ist komplett wertlos. Keine Religion kann aussagen, was moralisch korrekt ist. Paradebeispiel, Religion sagt dir, ramm dir einmal im Jahr einen Stift ins Auge. Ja, Religion sagt dir, rauch. Du sollst Zigaretten rauchen, eine Schachtel am Tag. Machst du es dann? Nein? Genau, machst du nicht. Warum? Weil du ein Gehirn hast und eine Religion null Aussagekraft hat, wenn es darum geht, ist diese Handlung richtig oder falsch. Du hast ein Gehirn. Das sagt dir, was richtig und falsch ist. Das Gehirn sollte über Religion stehen. Wenn Religion über deinem Gehirn steht, dann bist du zum Beispiel ein ISIS-Terrorist und tötest Menschen, weil du sagst, in meiner Religion steht das so, deswegen mache ich das so. So sind Terroristen entstanden, weil die das Gehirn unter Religion gesetzt haben. Also deswegen, Religion sagt nichts darüber aus, ob eine Handlung richtig oder falsch ist. Die hat eine Aussage von Null. Sie ist absolut wertlos. Traditionsargument, das ist ja sowas ähnliches wie das hier. Tradition ist es, tote Tiere zu essen. Tradition ist es, zu schächten. Es ist Tradition, Schlechtes zu machen in irgendwelchen anderen Traditionen. Es ist Tradition, seine Gegner gefangen zu nehmen, sie zu häuten lebendig oder aufzuspießen und zu braten lebendig. Und deswegen ist das richtig? Nein, siehst du? Da es nicht richtig ist, das zu machen, siehst du, dass Tradition Null Aussagekraft darüber hat, was richtig und was falsch ist. Es ist einfach Tradition. Es ist ein Hirngespenst der Menschen. Die haben sich das einfach ausgedacht. Deswegen hat es einen Wert von Null. Sobald hier jemand mit Tradition ankommt, siehst du, dass dieser Mensch einen logischen Fehlschluss macht, indem er der Tradition einen Wert zuschreibt. Sie kann keinen Wert haben. Es ist von Menschen erfundener Blödsinn. Deswegen isst man an Weihnachten eine Gans. An Ostern stoppt sich die Welt mit Hühnermenstruation voll. Wer kann mehr Hühnermenstruation essen? Alle finden das ganz toll. Und deswegen Tradition, Tradition, wenn man sich das mal so anguckt, haben fast immer etwas schlecht, machen etwas Schlechtes, verursachen irgendeine Art von Leid. Silvester auch und alles. Deswegen Tradition ist natürlich wertlos. Und dann natürlich der Aufhänger überhaupt, wenn das die Menschen verstehen würden, Leute, dann würde es in einem Jahr 10% Veganer geben, anstatt 1%. Das ist der größte Aufhänger überhaupt, den es überhaupt gibt bei den Menschen. Das gab es in der letzten Debatte auf Discord, war das auch das Hauptargument. Ich habe mich da natürlich ausgeklingt, weil ich an solchen Debatten nicht teilnehme, sobald ich merke, dass eine Person ein Value-Null-Argument bringt, also etwas sagt, das komplett wertlos ist. Dann sowas wie, ich esse Fleisch, weil es mir schmeckt. Schon mal gehört? Von so ziemlich jedem Menschen auf diesem Planeten. Geschmack ist eine subjektive Empfindung. Deswegen, da es eine subjektive Empfindung ist, hat es einen Wert von Null. Deswegen ergibt es keinen Sinn, bitte alle Nicht-Veganer sich hinter die Ohren schreiben, kommt niemals mit Geschmack an. Weil es hat einen Wert von Null, was intuitiv logisch ist. Beispiel, ein Kannibale, er mordet einmal im Jahr einen Menschen, irgendwo eine Prostituierte in einer Gasse. Er mordet der, wird nicht erwischt und zerstückelt die und isst die. Und dann irgendwann erwischt man den, fragt ihn, warum hast du das gemacht? Dann sagt er, naja, sie schmecken mir gut. Rechtfertigt der Geschmack seine Taten. Kannst du sagen, achso, es schmeckt dir gut, ja, deswegen darfst du töten. Nein, ganz genau, warum nicht? Weil es ein subjektives Empfinden hat. Es ist völlig irrelevant, was dir schmeckt und was nicht. Wie sagt dein Geschmack etwas über die Richtigkeit einer Handlung aus? Ergibt keinen Sinn. Deswegen Value Null. Die Aussage ist wertlos. Sie verpufft in der Luft, sie hat Null Relevanz für nichts. Aber das zu bringen, zum Beispiel, um Leid zu rechtfertigen, ich esse Fleisch, weil es mir schmeckt, also lässt du Leben vernichten, wegen deinem Geschmackssinn, das ist schon, das ist wirklich abenteuerlich. Da müssen wir dann wirklich mehr als einmal als Kind auf den Boden gefallen sein mit dem Kopf, und zwar heftigst, mit dem Kopf zuerst gelandet. Und deswegen, sollte man sich das merken, kann es dir ganz einfach verdeutlichen, an irgendeinem Beispiel, zum Beispiel an einem Kannibalen, dass Geschmack ein wertloses Argument ist. Es ergibt keinen Sinn, man macht sich absolut lächerlich damit, wenn man Argumente mit Value Null bringt. Deswegen hinter die Ohren schreiben, okay, und versuchen, wenigstens irgendwie irgendwas zu sagen, was man sich anhören kann. Dann Pflanzen haben Gefühle, hat ein Value Null, warum? Weil es intuitiv, logisch falsch ist. Jeder Mensch weiß, dass das nicht stimmt. Ist völlig egal, was du für Artikel gefunden hast, du kannst Artikel finden, Rauchen ist gesund. Deswegen ist Rauchen für dich auf einmal gesund. Wissenschaftler sagen, Pflanzen haben Gefühle. Hast du die Artikel auch wirklich gelesen? Hast du die Wissenschaft auch wirklich gelesen? Richtig? Sie haben keine Gefühle, sie können miteinander kommunizieren. Sie haben zum Beispiel Abwehrreaktionen, das sind nichts anderes als chemische Prozesse. Die Pflanzen werden gebrochen zum Beispiel. Also wenn du die knickst, brichst du die. Dadurch werden Stoffe freigesetzt, um die anderen Pflanzen zu warnen. Sowas gibt es und hat nur nichts mit Gefühlen zu tun. Der Mensch interpretiert das als Gefühle und dann kommt sowas dabei raus. Dann hörst du auch von jedem Nicht-Veganer. Und da es ein logischer Fehlschluss ist und intuitiv, logisch, nicht stimmt, hat es natürlich einen Wert von Null. Null, damit kannst du nichts rechtfertigen. Das ist intuitiv logisch, weil du einfach nachdenkst und denkst, haben die Nerven? Nein. Also haben die ein Gehirn? Nein. Also ein Grashalm zum Beispiel. Also könnt ihr keine Gefühle fühlen. Ganz einfach. Das ist wirklich schon der Punkt, wo es in den Wahnsinn abgeht. Wenn jemand so ein Argument bringt, dann würde ich weglaufen von der Person, weil dann hast du wirklich geistige Krankheit vor dir. Kein normaler Mensch kann so etwas sagen. Dann Gefühle, auch noch so ein Teil. Das ist eigentlich das gleiche wie Geschmack Gefühle. Sagen deine Gefühle irgendwas, rechtfertigen deine Gefühle irgendeine Handlung, zum Beispiel Leid. Es geht hier immer um Leid. Rechtfertigen Gefühle irgendein Leid. Nein. Also das ist ein logischer Fehlschluss. Also hast du ein Value von Null. Ein Beispiel, ein Mörder. Bringt jemanden um. Du nimmst den Mörder fest und fragst ihn, warum hast du das gemacht? Well, ich war sauer auf die Person. Meine Gefühle. Rechtfertigen seine Gefühle die Tat. Darf man, wenn man Gefühle hat, andere umbringen, zum Beispiel? Nein. Warum nicht? Weil Gefühle sind subjektive Empfindungen. Die sind irrelevant. Die können kein Leid rechtfertigen. Du kannst nicht mit Gefühlen argumentieren. Deine Gefühle sind absolut irrelevant. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Das Einzige, was zählt, ist Moral. Ist das moralisch korrekt oder nicht? Das ist auch der Punkt. Das im Supermarkt, was ich immer bringe, ich will vielleicht diese Schokomilch kaufen, das wäre dann Geschmack. Deswegen kann ich es nicht machen, weil es so unmoralisch ist und weil es einen Wert von Null hat. Also Gefühle ist hoffentlich offensichtlich für alle, haben eine Relevanz von Null. Deine Gefühle können keine schlechten Taten rechtfertigen. Es ist einfach nur ein Gefühl. Ein Gefühl kann sich auch verändern, was auch immer. Also Gefühle haben Null Relevanz. Das ist hoffentlich ganz klar. Tiere essen andere Tiere. Das Löwen-Argument habt ihr auch schon mal gehört. Aber was ist mit Löwen? Die essen ja auch Fleisch. Also sich mit einem carnivoren Tier zu vergleichen, ist natürlich nicht das Schlauste. Als Herbivor sich mit einem Carnivor zu vergleichen, ist nicht das Beste, was man machen kann. Da bringt man meistens das Argument, ja, aber Löwen wecken sich das Po-Loch jeden Tag ab. Machst du das auch? Deswegen Tiere essen andere Tiere. Was Tiere machen, hat Null Relevanz für dich. Das ist völlig irrelevant, was Tiere machen. Deswegen so mit diesem Argument etwas zu rechtfertigen. Was Tiere machen, rechtfertigt irgendeine schlechte Tat von dir. Das ist wirklich ein Abenteuerkino. Deswegen natürlich Relevanz Null. Diese Aussage hat Null Werte. Sie ist absolut wertlos. Tiere empfinden keine Schmerzen. Das ist genauso absolut wertlos, weil Tiere empfinden Schmerzen. Sie haben Nerven und sie haben ein Gehirn. Und wir reden jetzt nicht über Insekten oder sowas, sondern Tiere, die man isst. Bei Insekten ist das was ganz anderes. Vor allem ist es da nicht offensichtlich, weil die Wissenschaft ist sich bis jetzt auch immer noch nicht einig. Da wird immer noch rumgehadert. Das ist ein anderes Thema. Hier geht es um die Tiere, die die Menschen essen und um Haustiere und sowas. Die Tiere, bei denen man offensichtlich weiß, dass sie Schmerzen empfinden, schon mal deinem Hund auf den Schwanz getreten oder sowas oder auf deine Katze aus Versehen draufgetreten, weil sie unten lag und du es nicht gesehen hast. Ja, dann hörst du mal Gejaule und ganz genau die Tiere, die schreien um ihr Leben, die weinen. Tiere weinen um ihr Leben, weinende Pferde, weinende Kühe kannst du dir angucken, wie sie ihren Kindern hinterherlaufen, wenn man sie denen wegnimmt. Tiere empfinden keine Schmerzen. Das ist natürlich eine absolute wertlose Aussage. Und ihr dachtet, wir sind schon fertig. Nein, wir sind natürlich noch nicht fertig. Es gibt natürlich das schlechteste Argument aller Zeiten, das wirklich dümmste Argument in der Geschichte der Menschheit. Und ihr wisst, was es ist. Natürlich muss ich ein bisschen scrollen. Das ist natürlich, hat Value von minus 1000 eigentlich, aber es geht natürlich nicht tiefer als Null. Das ist natürlich das Argument Leben und Leben lassen. Immer, wenn ich dieses Argument höre, dann laufe ich weg von dieser Person. Also online, ich habe sowas natürlich noch nie in meinem Leben gehört. Im realen Leben zum Glück. Zum Glück weiß ich nicht, wie solche Menschen aussehen. Ich würde da die Straßenseite wechseln. Leben und Leben lassen sagen, Lebensvernichter, so 99% der Menschheit sind Lebensvernichter, die dreimal am Tag Geld dafür bezahlen. Töte Tiere, töte Tiere. Alle um dich herum, alle Menschen, die du siehst, machen das. Wenn wir so an Tierschutzorganisationen und sowas denken, da arbeiten nicht vegane Menschen. Ihr erinnert euch an so Storys wie, Tierschutzvereine machen Grillfeste, wo die tote Tiere grillen tatsächlich. Dann treten vegane Zuschauer von mir aus den Verbänden aus. Das natürlich hältst du in deinem Kopf nicht aus. Hier dann das dümmste Argument in der Geschichte der Menschheit. Man kann es mit keinem Argument besser als der dümmste Mensch auf diesem Planeten kennzeichnen, als mit dem Argument Leben und Leben lassen. Sagt der Lebensvernichter, der sich im Blut der Tiere suhlt, zum Veganer, zum Lebensbewahrer und der merkt den Fehler in seiner Aussage nicht. Leben und Leben lassen, hat mir letztens auch ein Angler geschrieben. Da wisst ihr Bescheid. Und derselbe Spruch, ein bisschen umdefiniert ist natürlich, jeder kann machen, was er will. Habt ihr auch schon bestimmt ganz oft gehört. Es ist praktisch das Gleiche und auch sowas von unfassbar grenzdebil ist völlig untertrieben. Und es gibt halt hier ganz wichtig, jeder kann machen, was er will. Also ich erkläre es einmal ganz kurz. Jeder kann machen, was er will. Das bedeutet, du kannst rauslaufen, Frauen vergewaltigen, alle ermorden, Brieftaschen klauen, alles machen, was du willst. Merkst du den Fehler? Genau. Und deswegen kann natürlich nicht jeder machen, was er will. Deswegen gibt es Gesetze. Und das Gegenteil davon, von jeder kann machen, was er will, mit Value 100, ist das hier. Das, was ich mal definiert habe. Jeder kann machen, was er will, solange er niemandem schadet. Und schon hat das ein Value von 100. Weil das einfach ultra logisch ist, ultra sinnvoll und einfach diese ganzen Probleme hier löst. Die ganzen Probleme mit den Tieren, den ganzen unfassbaren Nonsens hier, der keinen Sinn ergibt. Und man im Paradies landen würde, wenn sich jeder daran halten würde. Jeder kann machen, was er will, solange er niemandem schadet. Well, das bedeutet, du kannst niemanden schlagen, du kannst niemanden übers Ohr hauen, du kannst keine Tierprodukte essen, du kannst Tiere nichts ziehen lassen, du kannst dich auf ihn reiten, du kannst nichts mit ihnen machen. Einfach nur leben lassen. In Freiheit. Das ist ganz genau. Und das ist Value 100. Das ist so ultimativ logisch und ultimativ richtig und das ist moralisch korrekt. Das ist 100% objektive Moral, die nicht vom Subjekt abhängt, sondern für alle Menschen immer gleichgültig ist. Und an die sich jeder Mensch halten sollte, jeder gute Mensch auf diesem Planeten. Aber das tun die Menschen natürlich nicht. Und dann niemals vergessen, 99% aller Menschen essen Tierprodukte. Sind deswegen alle Tierprodukte essen schlechte Menschen? Nein. Ich werde das Video unten verlinken. Warum es die nicht alle schlechte Menschen sind? Es ist nur derjenige, ein schlechter Mensch, der es mit Absicht macht. Der es mit voller Absicht macht. Deswegen Leute, ich hoffe, jeder hat was dazu lernen können. Oh mein Gott, so lang ist Video geworden. Holy shit. Ich dachte, das wird ein 5 Minuten Ding. Ja, das ist Value von Argumenten. Du kannst Argumenten natürlich immer in Wert zu schreiben. Abhängig davon, ob sie logisch sind, ob sie Sinn ergeben oder einfach Fehlschlüsse sind, die keinen Sinn ergeben. Sowas wie Geschmack ist einfach nur ein logischer Fehlschluss. Und von daher Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Jeder, der darüber debattieren will, kommt auf Discord. Dann können wir neue Argumente hinzufügen oder Value anders verteilen. Und ansonsten Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, jeder hat etwas mitnehmen können. Das ist das Allerwichtigste und wir sehen uns im nächsten Video und macht nicht diese Fehler. Bringt nicht Value-Null-Argumente, Leute. Damit tust du niemandem einen Gefallen. Schau. Guckt ein weiteres Video. Peace.